Ähm, Leute, ich glaube, Monte ist in meiner Lobby. Äh, was ist ein Zufall? Oh, ihr könnt das Bild gerade nicht sehen, weil Elgato mal wieder Jahre für die Aufnahme braucht. Aber mir ist es gerade erst beim Leaderboard aufgefallen, als die Map geladen hat, weil das könnte alles passen. Ähm, Name, Get On My Level, Skin, Link, Me, Walter White und die Punktzahl, so 7000. Äh, als ob. Oder es ist ein Faker, aber wenn es echte Monte ist, dann. Easy Upload, Digga. Ja, ich gucke gleich mal, ob er streamt, das weiß ich gerade nicht, aber als ob, Digga. Ach ja, perfekt, Elgato, kein Signal. Gut. Dann, ah, danke. Äh, ah, okay, dann halt doch, okay. Hier doch Signal? Nee, doch nicht? Wann entscheidest du dich, Elgato? Ach, Digga, scheiß drauf. Also ganz ehrlich, ich, ja, scheiß drauf. Ach, rausgefallen. Also das ist wieder ein ganz großer Witz hier, Elgato, was die Wände gemacht haben. Da, da seht ihr ihn. Get On My Level. Ähm. Wie fährt der denn? Fick dich einfach, du Drecksling. Scheiß drauf. Oh, das ist doch nicht, Monte, ich weiß es gerade nicht. Jetzt vielleicht? Okay. Elgato scheint wohl kaputt zu sein, das war's. Mit Aufnahmen für heute. Mit dem Ding. So ein Läckerl ist ja scheiße, Digga. Oh, scheiß drauf, Digga. Hä, aber warum ist dein Netz da, hä? Oder hat er gerade wieder einen Controller geschottet? Oh, komm. Scheiß drauf. Einfach scheiß drauf, Digga. Einfach scheiß drauf. Hä, ich glaub, der hat einen Timeout oder so, oder er ist geragequitted. Oh, nice night. Oh, schade, ich hätte zu gern... Oh, natürlich klaut er mir den Cube. Ich hätte zu gern Monte gebumst, Alter. Oh, mein Gott. Der Boost hat mich noch gerettet. Hä, ist er wirklich geragequitted? Oder spielt er mit Schlau-Steuerung oder automatisch Beschleudigen? Oder warum fährt Link weiter? Oh, knapp. Komm, komm. Ja, Mann, zweiter werde ich noch. Wichtig. Komm, gucken wir noch ein bisschen Monte zu. Ich will Jenny und Lena beeindrucken, dass sie sich vielleicht mal bei mir in den Lambo setzen, Kapi. Mit dem Pilz auf der Eichel. Klappt das bestimmt sehr gut. Digga. Ja, wie war das so krank? Digga, ich werde hier so durchgereicht. Oh, aber ich krieg auch wieder nur Pilze, Digga. Das ist eigentlich schon wieder so ein Moment, wo ich eigentlich gerne rausquitten würde aus der Lobby. Weil das einfach, von der Geschenke verdammt, da ist einfach ein Fehler im System, Digga. Einfach ein Fehler im System. Zwei Pilze, Digga. Guck mal, das ist illegal. Ich sag das so, wie es ist. Das ist illegal. Hochgradig illegal. Oh nein, da wird in den Luft getroffen. Jenny! Oh, shit. Er ist so salzig. Guckt in das Gesicht, guckt in das Gesicht. Die Enttäuschung. Das Gesicht meiner Eltern, wenn ich wieder einen Unterkurs nach Hause bringe. Ich krieg nur Pilze, Digga. Es ist so ein Widerling wieder, das Spiel. Pilze auf! Du Hurensohn, Spiel! Er ist so, er ist so salzig. Er ist so salzig. Pilze, Pilze, Pilze. Jetzt guckt ihr das, was sie... Es ist wirklich ganz widerlich. Ganz widerlich. Widerlich, das Hurensohn! Ah, Digga, scheiß drauf. Oh, er rage cooltet, oder? Oh, doch nicht. Er wird so durchgereicht. Also heute, ich werde das einmal, zweimal noch machen, heute ist schon wieder, Digga, mein Account geblackt. Es ist nicht normal, Bruder. Es ist nicht normal. Wenn ich das vergleiche mit den Runden gestern, ist es wieder ein ganz großer Witz gerade, das Spiel, Digga. Hiltz. Oha, er prediktet jetzt sogar schon. Hiltz. Oha, er ist so salzig. Er ist so salzig. Da hilft auch die Kippe nicht.